Das hier hinter mir ist die weltbekannte Rialtobrücke. Nein, Rialtobrücke ist es nicht. Richtig. Nicht einmal gehen kann er, nicht einmal über die Brücken gehen, geh weg. Das ist übrigens einer der teuersten Kaffees in ganz Europa. Aber bei der Musik, da ist gar keine Musik, oder? La la la, la la la, la la, endlich Feierabend. Man sagt, wir sind nicht morgen Feierabend. Und alle kleinen Sonnenliefer ist ab. Die Waren schon wieder ein. No problem, no problem. Kannst du Arme noch mal über die Brücken gehen? Die Waren schon wieder ein. Die Waren schon wieder ein.